Die mündliche Abiturprüfung in Physik und meine besten drei Tipps hierfür. Viel Spaß. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute mit dem Fach Physik in Bezug auf die mündlichen Abiturprüfungen und meine drei besten Tipps hierfür. Und der allererste, und das gilt für jede Sache in Physik und das sage ich auch in jedem Physikvideo, einfach nur, was wirklich das Allerwichtigste ist und weil es meiner Meinung nach immer noch fast niemand checkt. Und zwar gibt es in Physik zwei Dinge, die du verstehen musst. Und zwar auf der einen Seite gibt es Fakten, ja, das sind einfach Annahmen, die sind einfach so, das musst du nicht verstehen, musst du einfach nur auswendig lernen. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die du auf Basis von diesen Annahmen dann auch wirklich nachvollziehen kannst. Das heißt, versuch zu verstehen, was musst du von den ganzen Themen und auch innerhalb der Themen, was musst du davon wirklich auswendig lernen und was musst du verstehen. Weil, ich nehme wieder das klassischste Beispiel, was es am allereinfachsten erklärt, uns wird nicht erklärt, warum zum Beispiel ein Elektron negativ geladen ist und ein Proton positiv geladen ist. Das muss man nicht verstehen, sondern wenn du gefragt wirst, sagst du es einfach nur und dann ist es richtig und es fragt keiner mehr intensiver nach. Aber, das ist quasi die eine Annahme und die andere Annahme ist noch, dass sich zwei gegensätzlich geladene Teilchen immer anziehen. Auch da musst du nicht verstehen, warum das so ist. Ja, du musst es nicht erklären. Zumindest geht es in der Oberstufenphysik nicht so weit. Das heißt, du hast einfach nur zwei Annahmen und zwar, dass die positiven Teilchen Proton heißt und die negativen Teilchen Elektronen und dass sich ungleich geladene Teilchen anziehen. Das sind beides Annahmen. Daran musst du nichts verstehen, daran musst du nichts erklären können. Das ist einfach nur ausdrücklich. Einfach nur wissen, okay, es ist so. Und das ist halt dann in komplizierteren Themenbereichen genauso. Das heißt, gewisse Sachen sind so und dann gibt es eben Dinge, die man daraus verstehen kann. Und das ist dann zum Beispiel, dass in einem Fall, wo ein Proton in der Nähe von einem Elektronen ist und ansonsten keine anderen Kräfte wirken, dass sie sich aufeinander zubewegen werden. Aber deswegen bitte unterscheide da dazwischen, zwischen was muss ich einfach nur auswendig lernen und lern es einfach nur auswendig. Verschwend keine Energie da rein, wenn es dir einfach hauptsächlich um deine Note geht. Keine Energie da rein, das irgendwie zu verstehen. Google es nicht, ist dir auch egal. Du musst einfach nur wissen, dass es so ist. Aber die anderen Sachen, die du verstehen musst, die bitte auch wirklich verstehen. Nicht nur auswendig lernen, okay, wenn Elektronen und Proton nebeneinander ist, dann ziehen sie sich an. Wenn Proton und Proton, dann schoßen sie ab. Und wenn Elektron und Elektron schoßen sie auch, sondern versucht das Prinzip, was ja auch nur ein Teil der Annahme ist, zu verstehen. Um dann eben daraus auch das Ganze erklären zu können. Weil ich sage euch, das Erklären wird in Physik, in der mündlichen Abi-Prüfung so krass wichtig. Zweitens, jeden Versuchsaufbau zeichnen können. Auch, ihr habt natürlich irgendeinen bestimmten Versuchsaufbau ausgeschlossen. Aber ich habe echt, abgesehen von der Präsentation, die ich in meiner Physik mündlichen Abi-Prüfung halten durfte, glaube ich, habe ich nichts anderes gemacht, als ein Versuchsaufbau nach dem anderen zu zeichnen. Natürlich schreibt man auch meine Formel an und erklärt die und muss auch innerhalb oder auf Basis von einem Versuchsaufbau viel erklären. Aber es ist halt super einladend für den Lehrer, euch einfach zu sagen, hier, keine Ahnung, was gab es denn alles? Irgendwie eine Elektronen-irgendwas-Röhre oder ein Zytotron, Zyklotron, keine Ahnung. Das ist ja schon ein bisschen länger, weil bei mir hier verbessert mich gerne in den Kommentaren. Aber das musste ich zum Beispiel hinzeichnen. Und das ist dann natürlich halt super blöd, wenn du zwar grundsätzlich weißt, welche Bestandteile es hat oder grundsätzlich weißt, wie es funktioniert, aber du dieses Zeichnen selbst nie wirklich geübt hast. Das heißt, es sollte einfach sofort erkennbar sein. Das heißt, ich habe auch vorher die schmierige Schrift, aber gerade in der mündlichen Abiturprüfung, wenn du es hinschreibst, sollte der Lehrer einfach alles klar erkennen, was ist was. Und da gibt es auch nicht so eine Ausrede wie, ich kann nicht zeichnen, ich konnte auch nie zeichnen. Zeichnen es einfach nur für dich selbst zwei, drei, viermal auf, dass es einfach klar übersichtlich ist, dass du auch nichts vergisst, dass du nicht zu krass drüber nachdenken musst. Okay, habe ich doch irgendeinen Bestandteil vergessen? So dass du auch logisch weißt, wie ist der ganze Versuchsaufbau überhaupt aufgebaut, warum ist er so aufgebaut und wie funktioniert das Ganze, damit du das dann auch relativ schnell erklären kannst. Weil ein Versuchsaufbau ist sehr wahrscheinlich, dass er von dir abgefragt wird. Drittens, Formeln verstehen. Ich habe gerade schon gesagt, es kann gut sein, dass du meine Formel aufschreiben musst. Aber gewissermaßen anders als in den schriftlichen Klausionen, die du vielleicht bisher in Physik geschrieben hast, ist gerade der mündlichen Abiturprüfung super wichtig, dass du die Formeln verstehst. Es gilt gerade dann, wenn du einen Lehrer hast, der sich wirklich auch inhaltlich sehr stark für Physik interessiert. Weil zumindest bei meinem Lehrer war es sehr stark so, dass er wirklich auch sehen wollte, haben wir es wirklich verstanden? Ich meine, jetzt zu lernen, dass zwei bestimmte Buchstaben oben stehen und dann ein Strich kommt und dann der andere Buchstabe unten ist, ist jetzt nicht so herausfordernd. Was schon schwieriger ist, ist zu verstehen, warum ist es in der Anordnung? Warum ist nicht der eine Buchstabe oben und der andere unten? Warum ist das genau in der Anordnung? Und das wirklich zu verstehen, ist extrem entscheidend, weil was auswendig gelernt zu haben in Physik bringt dir schon ein paar Punkte. Aber gerade, wenn du wirklich in einen höheren zweistelligen Bereich kommen willst, dann ist es einfach super wichtig, dass du da richtig gut auch drauf bist. Und eben halt nicht nur sagst, naja, das ist halt so, sondern auch sagen kannst, warum ist es genau so. Und das würde ich euch sehr, sehr stark empfehlen, damit ihr da wirklich sehr, sehr gut drin seid und dann auch nicht ins Zögen kommt, auf einmal wie, ich muss das verstanden haben. Ja, du musst es verstanden haben, deswegen mach es gleich in der Vorbereitung, damit du dann auch in der Prüfung glänzen kannst. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beisehren uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.